Rihanna wartete ungeduldig auf den Parkplatz. Ihre Verabredung war 40 Minuten spät. Gerade als sie losfahren wollte, ging die Autotür auf. Wow, erwischt! Bist du ein ungeschicktes Dummerchen oder hast du geplant, mir in die Arme zu fallen? Wie sollte ich? Ah, vergiss es! Wir haben wahrscheinlich den halben Film verpasst. Ich habe einen Saal nur für uns reserviert. Der Film beginnt, wenn ich es sage, Babe. Sobald die Lichter ausgingen, wurde ich blass. Ah, The Ring? Ich habe dir doch gesagt, ich hasse Horrorfilme. Aber du weißt, was du verpasst. Das wird dir gefallen, Süße. Glaub mir. Rihanna zuckte zusammen, als sie mit halbgeschlossenen Auge zusah. Und dann schrie sie plötzlich auf. Ach, das war's. Ich gehe. So nennst du dich eine Schauspielerin. Du kannst ein Meisterwerk doch nicht würdigen. Du bist so ein Baby. Und du bist so ein Idiot. Ich weiß nicht, warum ich dem zugestimmt habe. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen, Baby Rihanna? Rihanna schüttelte ihm ihr Popcorn auf den Kopf und stürmte ihn aus. Und dann lief sie direkt in jemanden hinein, der Limonade trug und fiel auf den Hintern. Rihanna, geht's dir gut? Meine Güte, kann der Abend noch schlimmer werden? Ähm, ja. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Du könntest vom Blitz getroffen werden oder ausgeraubt oder entführt oder vom Bus überfahren. Oder es gibt da noch Serienmörder. Das war keine Frage, Kumpel. Tut mir leid. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bezahle dir Drinks. Ich kann mich darum kümmern. Danke. Ähm, wie ist dein Name? Wow, du kennst nicht mal meinen Namen? Warum sollte ich? Ich weiß, wie du heißt. Ja, nun ja. Ich bin berühmt. Was ist deine Ausrede? Ich bin in deinem Biologie-Kurs? Seit drei Wochen? Uh, peinlich berührt. Der Lehrer hat einen neuen Stipendiaten vorgestellt. Ich hatte ihn kaum bemerkt. Ist schon okay. Ich bin nicht beleidigt. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin Charlie. Man sieht sich. Er lächelte und ging weg. Und Brianna fühlte sich irgendwie belästigt. Was meint er damit, jemand wie ich? Charlie wusste, dass Brianna keinen Scherz damit machte, berühmt zu sein. Er hatte einige ihrer Fernsehsendungen gesehen. Ein Stargirl. Und in der Schule war sie von Mädchen und Jungs umgeben. Natürlich hat sie jemanden wie mich nicht bemerkt. Die drei beliebtesten Mädchen der Schule, die auf einer Poolparty chillten, waren ein schöner Anblick. Die Anführerin Madison war eine reiche Prominente und ein Model. Ihre beste Freundin aus dem Kindergarten, Amber, war eine Instagram-Influencerin. Aber die beliebteste war Brianna, die in der achten Klasse zu ihnen gestoßen war, mit einer Teenager-Fernsehserie. Die Leute nannten sie ein Barbie-Engel, weil sie so perfekt aussah. Aber in letzter Zeit fühlten sie sich nicht wohl. Die Dinge fangen an, langweilig zu werden. Es ist keine Herausforderung, einer dieser Typen zu bekommen. Aber es ist schwer, sie wieder loszuwerden. Letzte Woche habe ich mit einem rothaarigen Model rumgeknutscht und später fand mein Freund ein rotes Haar auf meinem Pullover. Ich sagte, ich hätte einen traurigen Clown umarmt und er glaubte mir tatsächlich. Sein dummer Hintern. Im Ernst. Ich hatte eine schreckliche Verabredung mit Elijah und er schrieb mir eine SMS, dass er nach Korea fliegt und nach seiner Rückkehr wieder zusammen mit mir ausgehen will. Was? Verrückt, oder? Sogar blinde Typen sabbern nach mir. Ich fühle mit dir, Mädchen. Denn erinnerst du dich an meinen blinden Stalker, der versucht hat, auf mein Schlafzimmer zu klettern, aber er fiel runter und wurde ins Krankenhaus gebracht? Ja, so ein Dummkopf. Mädels, wir müssen die Dinge etwas aufpeppen. Ich will jemand ganz anderen finden und ihn dazu bringen, sich in mich zu verlieben und mit ihm rummachen und ihn dann abservieren. Das wäre doch lustig. Oh mein Gott, ja! Ich bin so aufgeregt. Das ist besser als Harry Potter. In diesem Moment fiel Brianna etwas ins Auge und sie ging. Ich war noch nicht mal fertig mit Reden, Amber. Hast du manchmal das Gefühl, dass sie nicht mehr so nett ist wie früher und der Ruhm ist ihr zu Kopf gestiegen? Ihr Kopf sieht ein bisschen kleiner aus als sonst. Wie auch immer, wen kümmert's? Du hast mich, ich bin doch dein Lieblingsmädchen, oder? Ach ja, du weißt es. Brianna hatte den DJ auf der Party entdeckt. Charlie. Er sah viel niedlicher aus. Wow, du steckst ja voller Überraschungen, DJ Charlie. Wie bitte? Ich sagte, du steckst voller Überraschungen, DJ Charlie. Ähm, ich hab dich verstanden. Warum hast du dann was gesagt? Ich meinte nur, was ist die Überraschung? Oh, nun, du bist ein Stipendiat, also dachte ich, du wärst ein Nerd. Naja, dann ist deine Vorstellungskraft begrenzt. Meine Vorstellungskraft reicht völlig aus, danke. Falls du es nicht wusstest, ich hab die Serie mitgeschrieben, in der ich mitgespielt habe, die wirklich berühmt ist. Die Reality Show mit einem Haufen reicher Mädchen, die was für reiche Mädchen tun? Ja, ein Kollege zwang mich, ein paar Folgen davon zu sehen. Ich sollte ihm unbedingt ein Autogramm besorgen, er ist ein großer Fan. Und damit dreht er die Musik lauter. Warum beleidigt er mich jedes Mal? Ich hab genau den richtigen Typen fürs Projekt. Seht ihr den DJ? Hm, sein T-Shirt ist schäbig, aber er ist irgendwie süß. Warum er? Er ist nicht wie die Jungs, mit denen wir ausgehen. Er ist ein Stipendiat in meinem Biokurs. Und er scheint von allem unbeeindruckt, einschließlich uns. Das ist neu. Hi, ich liebe die Herausforderung. Die Frage ist nur, ob er es mir abkauft. Das beliebte Mädchen der Schule hat plötzlich ein Auge auf ihn geworfen. Dann müssen wir es eben glaubhaft machen. Außerdem ist kein Kerl immun gegen meinen Scham, Brie Brie. Er wird mir im Handumdrehen aus der Hand futtern. Wie ein Baby-Hi. Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, aber ich freue mich. Der erste Schritt der Mädchen war, Madison auf Charlies Radar zu bringen und sie als Engel zu malen. Zwei Tage später entdeckte Charlie Madison beim Betreten des Kinos. Er erkannte sie sofort als Briannas Freundin. Und sie hatte eine Schlange von Kindern hinter sich. Hallo? Könnte ich bitte 30 Karten für den neuen Minion-Film haben und alle Snacks? Sind die Kinder aus einem Waisenhaus? Ja, ich arbeite dort ehrenamtlich und dachte, ich würde sie einladen. Sie können leider nicht oft raus. Wow, sie hat nicht mal ein PR-Thema, das Fotos macht dabei. Charlie führte die aufgeregten Kinder ins Theater und als er gehen wollte, berührte Madison seinen Arm. Warte mal, du warst doch neulich der DJ auf der Poolparty. Richtig, ähm, ich gehe auf deine Schule. Wie konnte ich das nicht wissen? Oh, mach dich nicht fertig, ich bin super zu übersehen. Ich bin wie eine Taube in einem Schwarm von Faun, aber ich bin sowieso lieber mit mir selbst zusammen. Da bin ich mir sicher. Danke für die Hilfe. Madison küsste ihn auf die Wange und Charlie lächelte verlegen. Wow, hat das beliebteste Mädchen der Schule gerade mit mir geflirtet? Nee, die flirtet mit jedem. Später rief Maddie die anderen an, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Glaubst du, er hat dir die Nummer abgekauft? Ja, natürlich. Ich fange an zu glauben, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Als Madison am nächsten Tag in die Cafeteria ging, entdeckte sie Charlie in eine Ecke und seine Augen waren bereits auf sie gerichtet. Sie half einem Kind mit Krücken, sein Mittagessen zu bekommen und gab dem Hausmeister ein Trinkgeld, bevor sie sich zu Charlie setzte. Hi, stört es dich, wenn ich hier sitze? Äh, natürlich nicht. Ja, bitte setz dich. Ich sitze schon. Oh, richtig. Willst du die Hälfte meines Sandwiches? Meine Oma hat es gemacht. Die Füllung besteht wahrscheinlich aus den Resten der letzten Woche und das Brot ist altbacken, aber es ist nicht so schlecht. Ich glaube, die Soße, die sie reingemacht hat, ähm, wie heißt das Wort? Feucht warm? Ja, es ist feucht. Hä, verlockend. Ich habe hier seit Jahren kein Brot gegessen. In dem Moment bemerkte Charlie, dass die halbe Cafeteria sie anstarrten. Sie denken, was ich denke. Was macht ein schönes Model mit mir? Das ist ein Scherz. Mir fällt gerade ein, dass die Bibliothekarin mich gebeten hat, die Fische zu füttern. Und sie werden sterben, wenn ich nicht gleich gehe. Was? Ich kann mitkommen. Mit dir? Nein, es wäre mir lieber, wenn du hier bleibst, okay? Ich mag meine Privatsphäre. Fische sind auch privat. Äh, sie starrte ihn an. Und er fühlte sich noch nervöser. Er trat ihr aus Versehen auf den Zeh. Er drehte sich um, um sich zu entschuldigen und stieß ein Sandwich auf die Kleidung. Oh, es tut mir leid, ich muss los. Und später im Badezimmer, als Maddy aufräumte, heulten Brianna und Amber. Hahaha. Könnt ihr aufhören zu lachen? Er musste die Fische des Bibliothekars füttern? Mädchen, das ist das Lahmste, was ich hier gehört habe. Er konnte gar nicht schnell genug wegkommen. Hahaha. Das war so lustig. Meine Oma hat mir dieses Soßen-Sandwich gemacht. Ja, klar. Seine Oma ist von den Toten auferstanden für ein Sandwich. Hahaha. Vielleicht ist seine Oma einfach lebendig? Aber meine Großmütter sind schon tot. Sind nicht alle Omas tot? Oh mein Gott, Fokus. Er scheint in mich verliebt zu sein, als ich diese ekligen Kinder ins Kino mitnahm. Warum läuft er jetzt von mir weg? Vielleicht mache ich ihn wirklich nervös. Oder vielleicht ist er nicht dumm und kauft dir dein plötzliches Interesse nicht ab. Nun, du bist in derselben Klasse. Du musst es wissen. Tu was. Ich werde den Lehrer dazu bringen, mich morgen zu seiner Laborpartnerin zu machen. Mal sehen, was ich tun kann. Charlie wollte einfach nur seine Ruhe haben. Aber das Universum sagte buchstäblich nein. Sollen wir den Frosch wirklich aufmachen? Ich werde das Ding auf keinen Fall anfassen. Charlie ignorierte mich und fing an, es zu tun. Oh mein Gott, sieh dir die Eingeweide an. Ich muss kotzen. Warum hörst du nicht einfach auf, den Frosch anzuschauen? Es ist ja nicht so, als würdest du mir helfen. Ja, klingt gut. Wie auch immer, ich muss was sagen. Ich glaube, Madison ist in dich verknallt. Und frag mich nicht, warum sie dein Herz will. Aber was hältst du von ihr? Äh, ich weiß nicht, was ihr Mädels vorhabt, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich bin nur hier, um hart zu lernen, damit ich aufs College gehen kann. Verstanden? Madison kann jeden Kerl haben. Warum mich? Wow, du hast uns gerade so arrogant und verurteilen klingen lassen. Aber du hast uns im Grunde abgeschrieben, ohne uns überhaupt zu kennen. Schau, ich wollte nicht. Doch, das hast du. Du denkst, dass Mädchen wie wir einen armen Kerl nicht mögen würden, weil wir oberflächlich sind. Richtig? Und ja, Maddie könnte jeden Kerl haben, aber vielleicht hat sie in dir was anderes gesehen. Glaub mir, nur weil wir schicke Sachen wollen, brauchen wir keinen Kerl dafür. Charlie fühlte sich unsicher. Maddie ist schön und sie scheint nett. Also, wie ist es gelaufen? Hervorragend. Ich denke, ich habe ihn dafür überzeugt, dass du verliebt bist. Wir müssen am Ball bleiben. Lasst uns mehr herausfinden. Madison hat einen Privatdetektiv angeheuert und herausgefunden, dass Charlie bei der Großmutter lebt. Sie hat auch herausgefunden, dass er an den Wochenenden in einem Club als DJ arbeitet. Wir wissen, wo wir heute Abend hingehen. Oh, bitte, sagt Tokio. Ich habe seit Wochen Lust auf Sushi. Nein, in diesem Nachtclub. Aber nach dem Erfolg von Project Plaything gehe ich überall Sushi essen. Als die Barbies später den kleinen Club betraten, waren alle Augen auf sie gerichtet und Charlie war überrascht. Das war wirklich nicht ihre Art. Wenn er erst mal her sieht, wie ich tanze, dann wird er wie ein Hühnchen hinterherlaufen. Die Mädchen bewegten sich auf die Tanzfläche und hatten die Aufmerksamkeit. Aber als das Lied zu Ende ging, kam Madison rüber. Oh, die Musik hier ist fantastisch. Du bist so talentiert. Oh, danke. Hör zu, Madison. Ich bin dir aus dem Weg gegangen, aber ich möchte mich entschuldigen für den Tag in der Cafeteria. Ich war wirklich ein Idiot. Ich werde dir verzeihen, wenn du mit mir tanzt. Oh nein, es gibt einen Grund, warum ich für die Musik zuständig bin. Die, die es nicht können, unterrichten. Come on, so schlimm kann das doch nicht sein. Leg einfach ein Lied auf und mach mit. Nein, wirklich. In diesem Moment verloren Hadi ein wenig das Gleichgewicht und ihr Getränk fiel über das ganze Armaturenbrett. Zwei Sekunden später funktionierte nichts mehr. Oh mein Gott, was hast du getan? Es war ein Unfall. Die Anlage ist kaputt. Der Clubbesitzer wird mich feuern. Du bist nur zum Spaß hergekommen, aber für mich ist das ernst, Madison. Vielen Dank für nichts. Charlie fühlte sich sofort schlecht, als er merkte, dass alle ihn anstarrten. Und Madison stand wie erstarrt da und brach in Tränen aus. Amber und Brianna rannten zu ihr. Sie folgten ihr ins Auto hinein. Für wen zum Teufel hält er sich eigentlich? Du weinst nicht? Natürlich nicht. Und es kostet mich all meine Willenskraft, ihm nicht die Augen auszukratzen. Wie kann er es wagen, mich so zu demütigen? Oh, sobald er sich in mich verliebt, werde ich ihn wie ein Käfer zerquetschen. Das war brillant. Jetzt wird er sich schrecklich fühlen, weil du einmal nicht nach ihm geschlagen hast. Und er wird denken, du bist der süßeste Engel auf Erden. Oh, ich hab dich so unterschätzt. Ich bin die Schlimmste. Und wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, er wäre tot. Charlie konnte Madison am nächsten Tag in der Schule einfach nicht gegenübertreten. Und nach langen Betteln hat er es endlich geschafft, ihre Nummer von Brianna zu bekommen. Er ahnte nicht, dass die Mädchen beschlossen hatten, dass Brianna diejenige sein würde, die mit ihm redet. Indem sie vorgab, Maddy zu sein, weil sie am geschmeidigsten reden konnte. Ähm, hallo? Hey, ey, ähm, ich meine, hi. Madison, ich bin's. Charlie, ähm, ja. Was willst du? Hör zu, bitte leg nicht auf, ja? Es tut mir wirklich alles sehr leid. Ich bin einfach ausgerastet, das hast du nicht verdient. Und du hast mich nicht mal angeschrien oder geschlagen, obwohl du's hättest tun können. Oh, ich hoffe, du wurdest nicht gefeuert, Charlie. Wurde ich, aber okay. Was? Das tut mir leid. Ist das dein Ernst? Entschuldige dich nicht bei mir. Meinst du, wir können von vorne anfangen? Ja, das würde mir gefallen. Hey, ich bin Charlie. Nerd bei Tag, DJ bei Nacht. Und einmal im Monat bekomme ich Popcorn umsonst. Du bist dran. Ich bin Madison. Ich bin ein berühmtes Model. Außerdem bin ich seit Ewigkeiten auf Diät, also weiß ich gar nicht mehr, wie Popcorn schmeckt. Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Die beiden redeten und lachten stundenlang. Und sie überraschten ihn immer wieder. Er war witzig, belesen und hatte einen tollen Musikgeschmack. Sie sagten sich erst um vier Uhr morgens Gute Nacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so ein gutes Gespräch hatte. Am nächsten Tag informierte Brianna Muddy über alles, worüber sie gesprochen hatten. Aber sie sah Charlie nicht in ihrer Biostunde. Die Mädchen sahen ihn auch in der Pause nicht. Also schickte Brianna ihm als Muddy eine SMS. Oma hat sich die Hüfte gebrochen. Bin im Krankenhaus. Wenn du das mit Charlie wirklich besiegeln willst, dann solltest du zu der Oma gehen. Ich hasse alte Leute mit faltiger Haut und komischem Geruch. Come on, die ist süß. Sei einfach nett zu ihr. Charlie wird's lieben. Soll ich mich wirklich mit ihr abgeben? Ich glaube nicht, dass ich zu einer alten Frau nett sein kann. Dann hatte Brianna eine bessere Idee. Nach drei Tagen wurde Charlies Oma entlassen. Aber er hatte ein Problem, die Krankenhausrechnung. Er beschloss, mit dem Personal über eine Ratenzahlung zu sprechen. Aber dann sagte man ihm, dass jemand die Rechnung bereits beglichen hatte. Was? Wer? Die Person hatte es vorgezogen, anonym zu bleiben. Aber Charlie bestand so sehr darauf, dass das Personal die Identität preisgrab. Madison. Warum hast du das getan, Madison? Was meinst du? Du hast die Krankenhausrechnung meiner Großmutter bezahlt und das verheimlicht. Warum? Na, ich wusste, du willst das Geld nicht annehmen, weil ich es dir anbieten würde. Und ich habe dafür gesorgt, dass du deinen Job verlierst. Das war doch das Mindeste, oder? Du kannst jeden Kerl haben, Maddie. Warum ich? Ah, ich kann mir jeden Typen aussuchen. Und ja, die sind nett. Aber meistens wollen sie nur Geld oder Ruhm oder den Einfluss. Ich bin ihnen egal. Du bist wie ein Hauch frischer Luft. Aber wenn du das nicht so siehst, dann nehme ich es dir nicht übel. Charlie wollte gerade antworten, als seine Großmutter ihn anrief. Aber er konnte nicht aufhören, an Maddie zu denken. Was sie für mich getan hat, ist unglaublich. Aber ich habe immer noch Angst. Charlie war seit einer Woche nicht mehr in die Schule zurückgekommen. Aber er und Brianna hatten SMS ausgetauscht. Natürlich hat es Maddie. Sie lachte gerade über ein Meme, das er geschickt hatte, als Elijah da war. Warum ist er zurück? Hast du was Lustiges gelesen, Babe? Wie bitte? Du hast auf dein Handy gesehen und gelacht. Äh, ich hoffe, es ist ein Scherz und kein Junge, dem ich in den Hintertreten muss. Was bist du, mein Vater? Du bist nicht mein Freund. Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus und nenn mich nicht Babe. Ich habe dir deinen Wutanfall verziehen, Bri. Jetzt sag mir, wo du dein Date haben möchtest. Soll ich das für dich buchstabieren? Es wird kein nächstes. Brianna, belästigt dich der Typ? Charlie, du bist wieder da. Nein, wir sind hier fertig. Wer ist dieser Verlierer? Bist du aus Versehen von dem Obdachlosenheim hergewandert? Lass ihn einfach in Ruhe, Elijah. Charlie drehte sich um, um Maddie zu sehen und sein Herz setzte einen Schlag aus. Was ist passiert, während ich weg war? Seit wann gebt ihr Mädels euch mit Nobodies wie ihm ab? Plötzlich ging Charlie zu Maddie hinüber und er zog sie an sich. Da bist du ja. Ich habe überall nach dir gesucht und dich vermisst. Und dann küsste er sie auf die Lippen. Und Brianna war noch überraschter als Maddie. Und dann küsste er sie auf die Lippen.